Hallo, so wir gehen los. Wo sind wir hier? Aventura. Ist unglaublich. Wir sind drei Minuten hier von der Facility weg und der Strand ist trotzdem top. Das ist der Main Thing. Zuge an dem ich hier bin, Tag 2. Worüber wir nicht geredet haben war, was hast du eigentlich heute Morgen gefragt? Ich esse morgens immer vier Eier für Karpfen, je nachdem. Oatmeal oder Toast, so Vollkorn Toast. Dazu immer eine Schale mit Früchten. Blaubeeren, Himbeeren, Elbeeren ist meistens so das Schleiberpaket. Die ganzen Vitamine drin, dann nehme ich meine Supplements und dann sind wir aus der Tür. Kaffee noch dazu, Kaffee ist das Wichtigste. Es könnte sein, dass heute mehr Leute für die ADM-Gruppe kommen. Ich habe schon gemerkt, montags sind eher weniger Leute in der 8 Uhr Morgensgruppe. Da kommen die ganzen Jungs alle erst um 11 Uhr. Okay, jetzt haben wir heute was? Donnerstag? Donnerstag könnte ich mir vorstellen, dass alle genügend gepennt haben. Mal sehen. Donnerstag zieht's Level wieder an. Ja, Level zieht an. Okay, ich bin gespannt. Das heißt, du hast jetzt mehrere Periods? Genau. Wir haben jetzt gerade so viertel nach sieben. Genau, wir fangen jetzt an mit ein bisschen PT, Aufwärmen. Was steht PT? PT, Physical Therapy. Ja, okay. Dann ab 8.15 Uhr sind wir auf dem Feld. Also eine Stunde sind wir auf dem Feld. Und dann danach im Weight Room. Wir fahren zurück zu PT. Und dann noch ein paar Bälle fangen am Ende. Auf was ich auch noch gespannt bin, das kommt heute mal dazu, der Olli. Ein Filmmaker aus Miami. Ursprünglich aus Österreich, aber hier lebt und arbeitet. Und der hat sich angemeldet über Instagram, ob er vielleicht Jakob mitschuten könnte. Das wäre natürlich herzlich willkommen heißen. Und der taucht hier jetzt auch immer mit auf. Und hat auch noch ganz gut Equipment dabei. Und hat sich motiviert und spannend angehört. Also ich bin mal gespannt, was wir heute so reißen können. Filmerisch. Alright Jakob, wie lange geht es jetzt Luka? Erstmal 10 Minuten Elektroschocks. Und dann 10 Minuten Soft Tissue. Und dann ein paar Übungen. Sieht wahrscheinlich wieder nur so aus wie so Gymnastik für alte Leute. Aber es ist trotzdem wichtig. Alright. Ich schiebe mich nur noch raus. Das ist richtig. Gut. Dann lasse ich Jakob jetzt mal da drinnen machen. Und genieße hier ein bisschen dieses Klima. Bevor es komplett reinkickt. Also die Erfahrung von gestern war so ab 11, 12 ist es wirklich so heiß und schwül wie noch was. Und jetzt morgens um 7.30 Uhr ist es noch angenehm, es ist noch aushaltbar. Also let's go, let's work. So. Also schon aufgegeben. Ich ziehe mein T-Shirt lieber aus, es ist zu heiß. 7.30 Uhr morgens, wenn man schwitzt hier noch was, wenn man was anhat. Also lieber so und dafür angenehmer. Und an der Stelle mal kurz ein kleines Shoutout an meine Freundin, die die YouTube Subtitles für uns macht. Ich sehe gerade die ersten Subtitles auf dem Video Nummer 1. Schau mal, was Jakob so macht. Das ist halt nicht so spannend. mit der Physical Therapy, was da so abgeht. Letztendlich, wenn man es mal so sieht, liegen die eigentlich nur rum am Handy. Es sieht so aus, für eine Stunde. Yeah. Ach, wen haben wir denn da? Fast warm, fast auf Arbeitstemperatur. Okay, stark, stark. Die letzte Übung, dann gehen wir raus aufs Feld. Ich habe gerade ein kleines Q&A gestartet auf deiner Insta-Story. Perfekt. So, von wegen... Hau für unsere Fahrer raus, wir benutzen die. Also der Vorteil dessen, dass du als erstes nochmal so ein PT machst, vor deiner Feldsession. Was ist der? Also was hast du dafür für ein Vorteil? Also das Hauptdinge ist, dass du sozusagen jeden Morgen, wenn du aufwachst, sind vielleicht ein bisschen andere Dinge am Laufen. Dein Körper fühlt sich ein bisschen anders an. Du kannst hier reinkommen, das Ganze resetten. Die Trainer hier kommunizieren mit dem Coach auf dem Feld, falls es irgendwelche Probleme gibt, dass die Feldarbeit adjusted werden kann. Du kannst halt sicherstellen, dass du dann in die Feldsession gehst. Und auch wenn du in der Feldsession richtig Gas gibst, du dich nicht verletzt. Weil es jetzt so kurz vor dem Trainingslager richtig scheiße wäre. Und so kannst du sozusagen das meiste aus der Feldsession rausholen. Nice. jetzt schön. jetzt käme dich. In Ordnung. Ich konnte dich nur entscheiden. In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung? Ich musste dich nicht nennen. Also das ist alles. Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 2020 «ZDF, 2020 «ZDF, 2020,reated, Tiffany, Tidying, Dion, Yerde. Tidying. Wo ist die Kölkische Person? Wo können sie dich auf der Internet finden? Auf der Ghost Green. Ich bin ein Grim Reaper. Mein Mann, D.Will, D.Williams, 26. Rundfunk, D. Rundfunk. Da geht's. Ich mag es. Ja, ich mag es. Das ist es, Mann. Guter Arbeitstag. Jetzt erst mal essen. Routine. Routine ist das nächste. Ja, hier geht's. Heiligen Zero. Let's go. Wir sind jetzt gerade ein bisschen am Essen einkaufen. Und heute Nachmittag wird einfach nur gearbeitet am Laptop. Burger gegrillt. Und gechillt. Kommst du mal drauf schon mal? Let's go. Euer Christian. Ja, ich hab mich auch alle getötet. Ich hab mich auch schon mal die Idee. Wir haben die Idee. Wir machen, ich hab mich auch schon mal erlebt. Ich hab mich auch schon mal erlebt. Bis zum nächsten Mal.